Was geht Leute? Wie sind wir jetzt drückt von einer anderen Folge? Let's play Minecraft, äh, ja, ich hab letztes Folge, äh, die, die, die Nings weggebracht, die, mein Gott, die Schuhe. Und, äh, man muss vorher mit den Villager traden, damit die überhaupt mit einen gehen wollen. Ja gut, danke dafür Spiel. Danke dafür. Äh, Kackspiel, Alter. Aber nur ein Kackspiel. Äh, hallo? Ja, mein, man muss mit den traden. Sag das doch gleich, Alter. Tämliches Spiel, ne? Whisky? Ach da, okay, cool. Zack, äh, der wollte rote Beete haben, ne? Ach, ja, gut, okay. Er wollte rote Beete haben. Kann ich auch nix fühlen. Oh, auf geht's. Okay. Meine Fresse, darf ich auch mal durch, ohne abzubauen? Ja, das ist nix. Oh, Mann. Ich nur rege ich jetzt mal an den Contest, gell, wenn man eh kein Inventar platzt. Warte, hab ich ein Batman? Ja, uff, okay. Jetzt muss man auch erst mal wissen, dass man mit den traden muss, damit die da einsteigen. Lull. Das ist wie, als würde man den Bonbon geben. Ist ja nicht so, dass man als kleines Kind beigebracht hat. Steigt man niemals ins Auto, beziehungsweise hier in die Lohre oder ins Dingsboot. Auch nicht, wenn er was Süßes hat. Ich komme in rote Beete, Junge. Dann snacken wir uns mal eben fixen, Farmer. Obwohl, ne, Berufslos. Dann können wir nämlich direkt... Muss ich dir aber auch noch... Muss ich dir auch noch ein Fake geben? Ah. Ich will aber mein Feld nicht für ihn umbauen. Ach, verdammt. Muss ich irgendwas im Untergrund oder so bauen? I don't know. Äh. Mein Gott, hier müssen wir nicht nur laufen. Oh. Oh, wei. Lauf, lauf, lauf. Noch nicht ewig Zeit. Komm, lauf. Oh, Digga. Lauf doch einfach. Digga, geh doch hoch. Komm, jalla. Und jetzt in die Richtung. So, hopp. So, wir wollen was essen. Und jetzt Geiter, komm. Da hinten ist der Scheißkackdorf. Ich weiß jetzt aber echt nicht, wohin ich mit den komischen Wünschern so hin soll. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da fallen kann. Das ist auch wieder so eine PS4-Logik hier, generell Minecraft-Logik. Ach verdammt, wir haben den rohen Fisch vergessen. Dammit. Ja gut, wir suchen uns erstmal einen Farmer, mit dem wir ein bisschen arbeiten. Wie du wolltest doch... Er will Weizen! Piss dich! Digga, wo ist der? Ja. Ah, ok. Du kannst nur Nachts schlafen hier! Digga! Die Viecher liegen alle schon im Bett und... Mein Gott. Lass ja die Hände bei dir, Alter. Ich hab'n Diamantschwert und ich werde es einsetzen. Oh, jetzt muss ich wieder auf Dicks warten. Oh, geht auch. Sorry für den Autismus, aber ging grad nicht anders. So, wo ist jetzt die Missgeburt wieder hingelaufen? Sorry für den Kraftstoff sogar bei... Okay, geht zu den Feldern wahrscheinlich. Welches ist dein Feld, Bruder? Das hier, okay. Okay, Bro. Na, wir müssen in welche Richtung? In diese. Also eigentlich in diese. Ja. Die Dings können wir ja anschieben. Die Lore, damit das hinfährt. Das ist... Kein Problem. Nein. Wo ab, los. Ach lol, das geht... Das nervt jetzt auch wieder. Weg. Mit dem Müll. Bau die Scheiße ab. Danke. Mann. Gib mir die Kacke. Oh. 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 Mein ganzes Schießsystem baue ich nicht hin, Alter. So, mein Freund. Aber wir müssen ja Freunde sein, heißt das nicht? Gut. Oh, man kann nur eine gewisse Zeit trainen. Oh. Ja, das ist belastend, dass die das begrenzen. Das ist echt belastend. Das ist echt belastend. Das würde ich denn jetzt so ausnehmen. Hallo, Wallah. Ich muss jetzt ins Minecraft, Bro. Jo. Komm ran hier. Normalerweise sollte das gehen. Also laut dem Video, was ich mir angeschaut habe. Los. Sollte das eigentlich gehen? Dachte mal mit dem Getradeter. Los. Beweg dich. Hinter. Wenn du jetzt ins Wasser fällst, ne? Komm rein hier. Jalla. Komm. Juge, PS4 ist für den Arsch. Es geht auch mit PS4. Ist klar, Bro. Ist klar. Merke ich, wie das geht. Merke ich. Geht das? Oh. Ja. Ja. Junge. Oh, Junge. Dieses Kackviecher geht mir so auf den Sack, ne? Ich hab keinen Bock, mich jedes Mal hierher zu eiern. Los, jetzt geh da in dein scheiß Dings rein. Ich schwöre, ich bockse dich gleich weg, Alter. Da stehe ich das ganze Dorf hier aus. Das ist mir Wumpel. Digga. Verpiss dich von deinem Kackding. Willst du sterben? Los. Mach. Geh in die Kacke. Los. Rein da. Jalla. Ja. 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 Okay. Ha? Level 20 Weizen Wieder keine Metablas, weil man die Scheiße wieder mitnehmen muss, ja Oh Stell die... Gib mir das verschissene Boot Stell das da einfach rein Weil ich werd mich jetzt ganz einfach hier hochtraden Und mich dann wieder verpissen Weil ich hab keine Bock auf diese Missgeboten hab hier Die sind mir zu inkompetent, ey Junge, Alter Weil ich... Bei jedem geht das Nur bei mir anscheinend nicht Ist klar, Spiel, ist klar Habt ihr Heubeilen eventuell, die ich an dem Vogel da vertraden kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier nicht mal Heubeilen habt ihr Oh Hey lol, wo sind meine... Hä? Hat mir nicht schon mehr gehabt? Lol Bin ich jetzt gerade in Lost, oder was ist los? Hä? Hm? Hm? Ufff... Ufff... Hm... Hm... Er will auch nicht... Ha? Ha? Er will Kohle... Und zwar... Und Fisch... Ahja... So, schreiben wir mal... bring... Du... mir... mal... eben... Fix... ... rohen... ... Fisch... ... und... ... ein... ... äh... Wie heißt denn der Tisch noch? Beep... Keine Ahnung... ... ein Buch... ... Dings... ... Tisch... ... mit... ... Fragezeichen... Warte... ... gib mir mal eben das... ... wie heißt der scheiß Kacktisch... ... das ist so dumm an dem neuen Ding... ... dass man da nicht mehr sehen kann... ... was es alles gibt alter... ... es ist so reutig... ... ganz ehrlich... ... ich hab nicht mal ne Angel... ... 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 auch noch ein bisschen was das ist die Wahrscheinlichkeit größer dass sie da reingehen und dann können wir da alle dritten sammeln oder so, keine Ahnung. Oh Mann ey. Guck mal ob wir gleich wenn wir pecken gehen dann wieder. Oh lol. Dings bekommen. My friend. Oh Gott. Und pennen wäre ganz angenehm. Eben kurz Mew und was trinken. So. Er rennt immer noch bei sich. Oh Leute. Ich will jetzt. Ewig. Dich. Ne. Wo ist denn meiner? Eier. Oder meine zwei. Das Ei will ich nicht. Da hinten Eier hat noch jemand rum. Ich will nicht jetzt los. Oder wo waren die Felder alter. Ehehe. Ehehe. Oh. Scheiße, der will noch mal mehr haben. Ich will mehr haben. Jetzt will er mehr haben. Oh ho ho ho. Oh der falsche Ahnung. Ich habe jetzt ja einen Trophy gekriegt. Yay. Weltreihe. Was ist vielleicht da denn. Oh die kriege Cookies. Aber Kakao brauche ich eigentlich. Oh, Melonen. Melonen brauchen so viele. So, hier zack. Und los mit dem Lager und ne Kiste. Kiste, falls du noch home. Okay, er ist noch zuhause. Äh. Noch zwei, meine rote Beete, ne? Versicht, ein Stückstuhl. Du Hund. So, na. Bro. Bro. Das nutzen die ja glaube ich nicht, das Gatter. Hä? 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 Wie? 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 Wann ich die ja? Wohll, Kürbisse sind ja hier, ich hab eben schon mal eben auf, ganz entspannt eben, mal fix abbauen. Wo bist du? Guck, Karte. Wo kann ich nicht einfach einfach, nee, Commands gibt's glaube ich, Settings, nee. Oh, nur drei, ich brauch sechs, lul. Klar, fuckle ich nicht lange. Wer hängt da hinten rum, Digga? War das ein Villager oder was war das? Ja, ein komplett zurückgebildeter. Er war auch voll teuer, Alter. Ach, war der Dulli, ey. Genau, der Fischer. Oh, was macht der Golem da ganz hinten, Alter? Was ist mit ihm? Was ein Dulli, ey. Was ist mit dem Weizen, Alter? Was ist mit dem Weizen, Alter? Oh? Huh? Ah. Bitte sehr. Oh Mann ey, macht mich das Kiri hier mit dem... Ja wo ist der denn jetzt? Lull Digga, was ist mit ihm? Oh Mann, wie lange braucht der denn jetzt? Seht so schnell, hier ist los. Bei mir ist auch keine Sau. Dann nehm ich mir das Weizen, Alter. Wenn da kein Mensch arbeitet. Sooo und hast ihn, du. So, hier. No weizen hab ich, heee! Das rennt hier richtig. Ich krieg gleich Corona, Alter! ich würde dich täme ich mir ne ich würde schmerz Katze Junge oh hier gib mir es wird gleich Nacht wir können gleich wieder Dinge traden rote Beete was wäre ich da hinten ah ja rote Beete und durcheinander I don't know haben doch vier zwanzig für die das war ein bisschen geduldslos werden da brauchen wir noch ein bisschen Weizen gerade parallel an oh man ey ich glaube ich schmier jetzt einfach das Fass alter ich brauche eine Truhe ich mach mir eben eine Truhe und dann die drei haben so hart gelitten einfach nur das war Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017